Dies ist der neue Liesche Livebands Channel mit dem Thema Qigong Flow. Qigong Flow ist Meditation in Bewegung, baut auf natürliche Weise Energie auf und bringt uns in Einklang mit Körper und Geist. Qigong Flow ist kraftvoll und vitalisierend zugleich. Diese alte taoistische Bewegungskunst zur Kultivierung des Qi stellen wir erstmalig als Mitmachübung auf unserem YouTube Channel zur Verfügung. Bei allen Übungen geht es nicht um sportliche Höchstleistung, sondern vielmehr darum, ein Körpergefühl zu entwickeln, das uns den natürlichen Zugang zum Qi ermöglicht. In diesem Trailer stellen wir Ihnen einige Bewegungssequenzen vor, die wir in folgenden Videoclips detailliert erklären werden. Der seitliche Leopard Gewicht aufs rechte Bein bringt das Qi vom Fuss bis zu den Fingerspitzen. Die doppelte Peitsche leitet ein in Himmelstützen, Erdestämmen. Reitende Pferdstellung, große Armbewegungen harmonisieren unser Yin und Yang. Bei Qi Flow wird der gesamte Körper auf sanfte Art und Weise gestärkt und gedehnt. Blockaden werden gelöst und wir finden unsere innere Mitte. Abonniere kostenfrei unseren YouTube Channel, sichere dir einen Platz in unserer Online-Klasse oder nimm teil an einem unserer Workshops. Oder begleite uns auf einem Retreat im In- und Ausland. Nutze die Vorteile, die Mönche über Jahrtausende entwickelt und von Generation zu Generation weitergegeben haben. Profitiere von unserer langjährigen Erfahrung als traditionell ausgebildete Personal Trainer für chinesische Bewegungskünste. Entdecke das Geheimnis des Qi. Den inneren Skikreis schließen Weitere Infos unter www.lische-live-balance.de Treibngere infos unter www.lische- Metro.de An salee Detten gehören Untertitelung des ZDF, 2020